So dann herzlichen Willkommen zu einem neuen Part Mafia 2 Juice Adventure. So beginnt eine nächste Mission. Und das ist Supermark. So. Hey, ich bin's, Joe Bauer, fahr ich deine Hunde zu sehen, bist du zu sohn? Wartest du nur das ab? Hey, für Hotdog, was darf's sein? Bauer, wie das? Hier, bitte! Danke. Was? Wurde aufs... So, und folgert, und um mir, und um mir. So, und dann, und gleich. So, und folgert. 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 Gehen wir den Entschlacken. 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 Komm her du Penner, wo ist der Sechschlüssel? Mann, leb endlich, solange du noch kannst. Scheiße, Polizei, morse. Die Waffen weg und rauskommen, da kommen wir rein. Ey, ich kann das den ganzen Tag machen. Wie brauchst du den verdammten Schlüssel, dann sind wir gleich weg. Also, spieß doch, ne? Ey, ich kann das den ganzen Tag machen. Wow. Hä? Wie gibt es denn das? Was ist denn das? Ah. Was ist denn das? Ey, ich kann das den ganzen Tag machen. Wie brauchst du den verdammten Schlüssel, dann sind wir gleich weg. Das ist los, spieß doch auf. Ja. Ey, das ist eine Weile irgendwo. Ja. Komm. Nächster. Neu. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind in der Überzeugung 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 des ZDF, 2020 Scheiße, das ist gar nicht so leicht, der Mission. Schale. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020